Ruhiger! Es wird ruhiger! Es wird ruhiger! Es wird ruhiger! Ruhiger, es wird ruhiger! Die Eier drehen! Der Wally muss echt aufpassen, dass er außer der dreist. Der Wally passt in der Haut! Das ist gar nichts! Ich hätte schon nichts aufgeben, ne? Für weh! Was ist mit uns gegen die Knudel? Gib keiner! Ich kann das nicht verpassen! Das ist doch gut! Ja, du! Na, du musst gut! Du musst infekciieren! Puh! 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 Geht die Knudel da! Puh! 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 Ich fact! Du filmst, who! Puh! Nein! Nein, nein, nein. Warte, ich sehe, es skaliert auch nicht. Es skaliert überhaupt gar nicht. Da geht doch mal in der Rolle. Ah, beise. Moment, hier zum Campprodukt zu besauen. Komm schon zu prüfen, wie du willst, die Knackung des... Obwohl die zwei Knie aufgerissen sind... Tja, tja, tja... Ja... Mach nur nach, Kunde... Definitiv SM... Oho, komm mal hier... Ah! Machst du die Kast! Oh, jetzt klatscht. Jetzt machen wir das wieder. Wenn man hier zieht, dann ist alles vorbei. Ich werde mal das Fassbeck aufpassen für den dummigen Kopf. Oh mein Gott, ich will was sehen. Ich will was sehen. Ist das alles? War dieser Hände schon ganz offen? Oh, sorry. Oh, sorry, dass ich die Wachselle gesehen habe. Oh, sorry. Aber... Na ja, es geht weiter. Immer, immer weiter, immer weiter. Du musst voran gehen. Du musst voran gehen. Immer noch an. Immer noch an. Immer noch an. Warte, bleib mal. Das war mir so hübsch heute Abend. Die sind gleich so. Was? Die sind gleich so. Frisch war frischer Schall. Ich bin jetzt auch so, Mann. Die sind eh schon verschwitzt. Die wollen das Bein. Guck mal, die war der Fall. Da krieg ich so ein Ding auf den Bauch. Ich will doch nur auseinander. Ey, du willst weiter machen. Ich mach aber eigentlich auch nichts mehr bleiben. Was will denn der jetzt? Ich will jetzt, dass wir gehen können heute noch. Es langt jetzt halt. Es langt noch lange. Wir sind wie zwei heutige Hunde. Uns rennt gar nichts. Außer kaltes Wasser. Und wehe, du bringst kaltes Wasser. Ah, da bringt kaltes Wasser. Philipp, mach was. Ich hab nur die Hose dabei. Oh, schlafen wir schon weiter. Achso, echt. Mach mal los. Ich hab doch gar nicht kaltes Wasser gemacht. Wer war das? Das warst du. Ich hab nur noch mal. Wer war das denn? Wer war das? Wer war das kalte Wasser? Ich war ein Wasserhahn. Philipp, wer war das? Wir haben sich gerade mal alles auf Kamera raus. Gerade war's schon.